Guten Tag, mein Name ist Nico Stotelius. Ich bin der CEO der Ungleich Klarus AG. Ich möchte euch heute von einem neuesten Projekt erzählen, von dem sogenannten Data Center Lite. Eventuell habt ihr schon davon gehört, aber falls nicht, ist es auch gar kein Problem. Was wir beim Data Center Lite machen, ist, wir kaufen sogenannte Server, das sind große Computer, und mieten Teile davon aus, das sind die sogenannten VMs. Im echten Leben kann man sich das so vorstellen, dass ein Server einem Haus entspricht und eine VM einer Wohnung entspricht. Wir kaufen die Häuser, schauen, dass sie parat sind für die Kunden und mieten dann die VM, also die Wohnung, aus. Wir machen das jetzt schon ein Weilchen. Wir haben angefangen an unserem Standort in Schwanden. Jetzt möchten wir gerne einen zweiten Standort erschließen, hier in Lindenthal. Aber nicht nur das, wir möchten unser ganzes Projekt ein bisschen zum Wachsen bringen. Wir haben ein bisschen getestet, wir haben ein bisschen Feedback bekommen von den Kunden, und wir glauben, dass es ein ziemliches Potenzial in unserem Projekt hat. Aber wir müssen auch schauen, wie wir das Ganze finanzieren. Für die Finanzierung von unserem Marketing und von dem Ausbau hier, von dem Standort in Lindenthal, haben wir jetzt gerade unser Crowdfunding gestartet. Beim Crowdfunding geben wir Anteile von unserer Unleicht Klarus AG heraus, mit denen wir dann unser Marketing und den Ausbau finanzieren wollen. Nun, was hat das mit dir zu tun? Wir werden uns natürlich sehr froh, wenn du uns helfen könntest, ein bisschen über unser Projekt zu erzählen. Du erzählen kannst, was wir hier machen, was wir vorhaben hier in Lindenthal. Oder aber, falls du 100 Franken übrig hast, wären wir natürlich auch froh, wenn du uns unterstützen kannst. Denn ab 100 Franken kann man schon Anteile von der Unleicht Klarus AG kaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns einmal im echten Leben. Viele Grüße hier aus Lindenthal. Tschüss! Kilinas Ok Vielen Dank.